Berlin, Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer Leiden wird eine immer stärkere Belastung für die Volkswirtschaft. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion. Aus der politischen Post zitiert. Demnach entstanden im Jahr 2014 und... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist das Blanchiment? Das ist Blanchiment, ja, das ist Blanchiment. Erster Teil vor Blanchiment ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020